moin freunde und willkommen zurück auf meinem kanal ja das wird jetzt noch ein mehr oder weniger quick and dirty video ich versuche es kurz zu halten ich hatte vor etwa zwei wochen endlich mal den knopf gedrückt und mir aus der fix serie der etwas taktischeren serie von moella das moella scorpion bestellt ich hatte schon seit jahren bestimmt seit drei jahren das sario in der version mit dem gummierten griff auf dem wunschzettel habe es aber nie bestellt ich war immer der meinung das wäre ein ziemlich gutes outdoor messer klinge so ganz leicht an die bowie form angelehnt der gummierte griff der hervorragend in der hand liegt immerhin noch ein edelstahl parier element das leicht diese s form hat also das war alles schon ganz okay und der preis von ich sag mal zwischen 45 und 55 euro je nachdem wann und wo man bestellt war immer sehr attraktiv jetzt hat es sich zugetragen an einem bin mir nicht mehr ganz sicher samstag oder sonntag abend dass ein shop über amazon das scorpion in der 19 cm variante also 19 cm klinge für einen absoluten schweinepreis angeboten hat ich weiß es nicht mehr 35 37 euro sowas um den dreh der hat wohl sein lager geräumt und hat das ding dann glatt mal noch mal um 10 oder 15 euro reduziert so dass ich gesagt habe komm ne pack ein schick mal rüber ja habe gar nicht weiter auf das angebot geschaut und dann gesehen es ist das modell mit dem schwarzen parier element ich bin mir gar nicht sicher ich nehme an es ist aluminium das scorpion an sich da braucht man nicht viel zu zu sagen im grunde an den hirschfänger angelehnt das ding ist hat mehr waffen charakter als die meisten anderen fix messer die ich jemals besessen habe das ist halt zum stechen gemacht es gibt ein hervorragendes testvideo vom black forest ghost ganz liebe grüße an der stelle ich werde es mal unten verlinken da gibt es auch gar nichts weiter zu zu sagen schaut euch an was er was er mit dem mit dem messer angestellt hat und dann relativ schnell klar dass ihr der qualität dieses messers absolut aber wirklich absolut vertrauen könnt die ausführung ist ganz hervorragend leider ist das mit dem schwarzen parier element nicht ganz so mein stil es ist okay definitiv und es wird auch garantiert viele viele fans finden meins ist es nicht hundertprozentig ich hatte mich halt im kopf auf was anderes festgelegt und dementsprechend glaube ich werde ich dieses messer retournieren ich werde zurück schicken auch wenn zum beispiel hier die lederscheide für den preis für den aufgerufenen wirklich ganz hervorragend ist das messer selber ist toll ausgeführt der anschliff ist prima schaut euch das mal an hier der swedge grind vorne zur spitze hin das läuft perfekt in der spitze aus das ist alles wirklich sehr sehr gelungen was du hier für einen kleinen taler bekommst ist wirklich ja kaum zu kommen zu begreifen kaum in worte zu fassen ganz kurz noch exakte klingenlänge ist nochmal besser oben 19,2 müssten sein 19,2 cm also wirklich schon ein ganz schöner brecher gewicht werde ich jetzt nicht noch mal extra abwiegen wer interesse an dem ding hat links auf jeden fall unten in der beschreibung wenn einer interesse an diesem messer hat ja das ist auf jeden fall kein fehlkauf das kann ich zu 100 prozent sagen optisch muss natürlich muss man gefallen daran finden ich bin davon überzeugt dass dieses messer auch als outdoor messer eine gute figur macht allerdings kommt es halt optisch ein bisschen anders daher hat auch wieder wieder black forest ghost so schön gesagt hat auch ein ganz klein wenig diesen bayonet charakter dem kann man dem messer wirklich nicht absprechen ja die 19 zentimeter variante das große ist halt noch eine nummer cooler und ja dazu das parier element was habe ich gemacht ich habe das große auch noch bestellt unterschiede seht ihr schon wir haben hier hinten eine edelstahl hülse statt einer messinghülse und wir haben das klassische edelstahl parier element diese ovale scheibe leicht gebogen dass diese s form entsteht die nähte in dem fall sind weiß nicht wie bei dem kleineren in schwarz das passt dann auch ein ganz klein bisschen zu dem zu dem glänzenden metall am parier element das kommt ein bisschen taktischer daher dass vielleicht minimal ein bisschen klassischer wenn man auch bei dem gummigriff kaum von klassisch sprechen kann ja und dann das ist dann tatsächlich noch mal eine ganz andere hausnummer dieses teil ja wahnsinn absoluter wahnsinn es wirkt jetzt über das kamera display das kann ich schon sagen noch schlanker und noch länger als in realität wenn man es in der hand hat ja es ist einfach kommt einem schon fast vor wie ein kleines schwert wenn wir uns auch in der größenordnung befinden die im grunde noch ja diese 10 zoll 25,5 25,6 zentimeter diese 10 zoll sind die bei klassischen bowie messern ja eh so die norm waren sage ich mal ist das hier bei diesem ich nenne es jetzt einfach mal stech werkzeug noch mal was ganz anderes der griff auch wie bei dem kleineren sehr voluminös übrigens liegt hervorragend in der hand das parier element auch wenn es einfach gehalten ist gefällt mir sehr gut ihr habt die möglichkeit hier auch noch vorzugreifen was bei so einem großen messer natürlich relativ wenig sinn macht ja alles in allem tolles tolles teil aber auch dieses messer werde ich retournieren hat einen ganz einfachen grund und der aufmerksame zuschauer wird schon gemerkt haben schaut euch noch mal an wie schön die grind lines hier in die spitze laufen von der switch perfekt ausgeführt also wirklich hätte das edelstahl parier element an diesem messer ich würde das auf gar keinen fall zurückschicken das würde ich tausendprozentig behalten ja jetzt schaut euch an wo die linie hier hin läuft definitiv nicht in die klingenspitze das auf beiden seiten also ich weiß nicht ob es bei dem messer dann so sein sollte den anschliff hat meiner meinung nach jemand komplett vergeigt das sollte anders sein ich bin davon überzeugt dass es normal gewesen wäre wie bei dem kleineren modell ich weiß nicht ob es so ist ich werde mir noch mal ein paar bilder anschauen müssen in der form gefällt es mir nicht ich hätte mir gewünscht dass es genauso aussieht wie bei dem kleineren modell dann würde ich das kleinere tonieren wegen des parier elements und das große wenn der anschliff anders wäre genau so sicher behalten wie ich sonst das kleine behalten hätte ja in diesem fall zwei moella scorpion angeschafft beide male zu einem sehr anständigen preis ich glaube ich habe für beide zusammen 80 euro bezahlt 82 euro bezahlt irgendwas um den dreh kann man absolut nicht meckern leider gottes an beiden jetzt soweit etwas auszusetzen dass es nicht ganz meinem beuteschema entspricht da ist ja amazon gott sei dank relativ unkompliziert du kannst es vier wochen lang zurückschicken und das werde ich dann schweren herzens mit beiden messern tun hat in dem fall nicht sollen sein aber das muss ich jetzt auch ganz klar sagen dass es für mich kein grund nicht noch einen dritten versuch zu wagen und noch eins zu bestellen denn was er hier für den aufgerufenen preis geliefert bekommt überlegt mal bitte was er anderswo für 37 euro für 40 für 44 euro bekommt an messern und dann schaut euch dann bitte noch das video von black forest ghost an und dann entscheidet mal selber wo ihr mehr messer fürs geld bekommt also das ist wirklich unfassbar ich könnte mir vorstellen wenn die ausführung passt dass ich sowohl ein sario schwarz das wäre dann die 19 cm klasse und das scorpion in dieser klassischen variante mit dem edelstahl parier element dass ich beide in meine kleine sammlung aufnehmen werde denn das ist wirklich überzeugend was ihr hier kriegt es kann halt mal passieren dass wie bei dem großen der anschliff nicht hundertprozentig ist vielleicht ist das jetzt auch ganz einfach mein fehler und der soll bei dem größeren modell so sein keine ahnung werde ich dann einfach sehen wenn ich mich da noch mal ein bisschen eingehen damit beschäftige fürs erste werden die beiden dann erstmal wieder eingepackt und zurückgeschickt und trotzdem sage ich herausragende messer für das geld vielen dank fürs zuschauen ich wünsche euch einen tollen abend und sage wie immer wir sehen hören und lesen uns schon bald wieder bis dahin bei bei